Wohlfühlen in Wolfsburg, citynah und komfortabel. Das Hotelrestaurant Conny. Seit mehr als 50 Jahren im Familienbesitz freut sich auf ihren Besuch. Für Geschäftsessen oder private Feiern bietet das Hotelrestaurant Conny Platz für bis zu 100 Gäste. Von der privaten Feier im kleinen Kreis bis zu unvergesslichen Hochzeits- und Familienfesten. Fürs leibliche Wohl sorgt eine große Auswahl kulinarischer Genüsse. Gut bürgerliche deutsche Küche, saisonale Gerichte und eine Vielfalt ausgesuchter Weine und vollmundiger Biere. In 14 Doppelzimmern und 16 Einzelzimmern genießen Sie exzellenten Drei-Sterne-Komfort. Ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind, familiäre Atmosphäre und ein professionelles Team machen Ihren Aufenthalt zu einem angenehmen Erlebnis der Extraklasse. Mehr über unser Angebot finden Sie auf unserer Homepage www.hotel-conny.de ...